Einen wunderschönen guten Tag, finde ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächstes Video, wir gehen in die zweite Hälfte der Reihe jetzt. Wir gucken uns weiter in den Draft 2020 an. Beinahe hätte ich 23 gesagt, aber das ist natürlich Quatsch. Den haben wir uns erstmal zu Genüge angeguckt. Wir gucken uns jetzt die Draft-Class an von vor drei Jahren, damit wir jetzt nach drei gespielten Saisons ein bisschen besser beurteilen können, ob es ein guter Draft war, ob es kein guter Draft war, beziehungsweise für die individuellen Teams, ob es eine gute Draft-Class war jeweils. Wir sind heute mit der NFC West am Start. Heißt, wir gucken uns die Rams an, die Seahawks, die Cardinals und die 49ers. Nächstes Mal dann höchstwahrscheinlich die AFC West, dann so wie es jetzt im Rhythmus ist, die NFC North und dann ganz zum Schluss die AFC North. Vorher nochmal bitte, hört mir zu, wenn ich sage, dass ich nicht entscheide darüber, wer Starter ist und wer nicht Starter ist. Gut, mit Isaiah Rogers letztens habe ich versaut, weil der natürlich in dem ganzen Gambling-Skandal und so gesperrt wurde, hat sich komplett verpeilt. Wie gesagt, es gibt viel zu viele Isaias für meinen Geschmack. Aber ansonsten, beschwert euch nicht, wenn jemand nicht als Starter gezählt wird, obwohl er eurer Meinung nach ein Starter ist. Ich mache die Entscheidung nicht. Ich gehe nach dem ESPN. Dab-Shard, lasst mich in Ruhe. Jesus. Gut, wir fangen an mit den Cardinals. Es geht los in Runde 1 mit Isaiah Simmons, dann dahinter Josh Jones, Lucky Fortu, Rashad Lawrence, dann Weaver und Benjamin in den späten Runden noch. Also eine überschaubare Draft-Class. Ihr seht, ich gebe den Cardinals eine 3. Ist für mich eine relative Basic-Bitch-Draft-Class, deswegen nicht großartig in die eine oder die andere Richtung abgedriftet. Wir haben laut ESPN nochmal zwei Starter und zwei Backups in der Class. Isaiah Simmons zählt tatsächlich nicht als Starter laut ESPN. Ich sage euch das, um das auflisten zu können für die Bewertung. Nachher bewerte ich natürlich trotzdem, wie Isaiah Simmons spielt und nicht, dass er als Backup und nicht als Starter gezählt wird. So, also Isaiah Simmons der erste Backup, Josh Jones der zweite Backup. Die beiden Starter, die im Team sind, sind interessanterweise beide, Interior D-Liner, das heißt Lucky Fortu und Rashad Lawrence, die beide noch im Team sind und beide offenbar laut ESPN als Starter in die nächste Saison gehen werden. Ich bin hier jetzt wieder ein bisschen am Strugglen gewesen mit Isaiah Simmons, denn wenn man am Ende komplett abgesehen vom Draft-Slot mir sagt, oh, du hast aus der Draft-Class einen Isaiah Simmons mitgenommen, der drei Jahre später auf dem und dem Level spielt, dann sage ich, oh, das ist ein guter Spieler, der sich zum Team gesellt hat und bla und man kann ihn in vielen verschiedenen Rollen einsetzen und dementsprechend ist er ein gutes Matchup-Piece und so weiter. Aber natürlich hat man immer noch im Hinterkopf, dass er ein Top-Ten-Pick war und dass er dafür natürlich nicht ansatzweise gut genug performt hat bisher. Auch wenn immer noch ein junger Spieler, kann sich noch verbessern, das ganze physische hat er, das im Kopf wird jetzt immer besser, deswegen vielleicht spielt er jetzt seine beste Saison und er spielt natürlich auch auf einem guten NFL-Level. Er spielt halt nur nicht auf dem sehr guten NFL-Level, was man von einem Top-Ten-Pick erwartet natürlich. Die beiden Tackle machen einen ganz guten Job, sind jetzt beides aber auch nicht die absoluten Star-Tackles, sodass es wirklich ins Gewicht fällt. Defensive-Tackles natürlich, wenn ich von Tackles rede, gerade in dem Beispiel. Heißt insgesamt ist es für mich wirklich eine relativ normale Draft-Class einfach. Ich würde nicht sagen, dass sie besonders schlecht ist, ich würde nicht sagen, dass sie besonders gut ist. Man hätte vielleicht über eine 3-Minus nachdenken können, aber ich glaube, mit 3 fahre ich ganz gut bei den Cardinals. Weiter geht's mit den Rams. Zweite Runde, zwei Spieler, einmal Cam Ackers und dann Van Jefferson, dann in der dritten Runde ein Doppel-Tarrell, einmal Lewis und Burgess. Vierte Runde, Bryson Hopkins, sechste Runde Fuller, siebte Runde, drei Picks nochmal in Johnson, Sloman und Ancrum. Laut dem ESPN-Deppstart, ich glaube, ich sage das jetzt einfach sicherheitshalber immer dazu, haben wir drei Starter und zwei Backups noch im Team. Die beiden Backups sind Bryson Hopkins und Jermaine Ancrum Jr. Und dann sind die Starter natürlich Cam Ackers, Van Jefferson und Jordan Fuller. Ich glaube, über die beiden Backups muss ich nicht großartig viel reden. Bryson Hopkins kann noch mehr in der Offense beitragen, ist ein stabiler Special-Teams-Player. Van Jefferson ist jetzt nicht einer der unbedingt besten Wide Receiver, drei oder so, die du haben kannst in der Liga, hat sich aber trotzdem stetig verbessert und ist in Ordnung letztendlich dafür. Für einen Second-Round-Pick auch, würde ich sagen, in Ordnung. Jetzt nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Jordan Fuller ist absolut ein Steal an der Rolle oder an der Stelle, wo sie ihn gekriegt haben. Jetzt inzwischen zum Starting Safety geworden. Hat hier und da natürlich immer noch seine Fuck-Ups, so wer hat die nicht. Aber insgesamt spielt er auf jeden Fall auf einem höheren Level, als man gedacht hatte beim Draft. Und als ihm auch meiner Meinung nach Credit gegeben wird, selbst jetzt noch. Also sehr guter Pick. Cam Ackers zweite Runde hat gut angefangen, hat dann den Achillessehen-Riss gehabt und seitdem nicht mehr so wirklich reingefunden. Seine letzten paar Spiele, die er hatte, waren auf jeden Fall wieder seine besten. Vielleicht auch deswegen jetzt ein bisschen wieder anscheinend die Wogen geglättet zwischen ihm und dem Rams oder der Rams-Organisation. Wird jetzt wieder mehr für Promotional-Zeug benutzt und so weiter. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Rolle wieder ein kleines bisschen besser wird und dass er vielleicht zu seiner alten Form Pre-Achillessehen-Riss, Achillessehen-Verletzung zurückfindet. Insgesamt glaube ich, wenn du drei Starter, zwei Backups, drei Jahre später noch im Team hast, ist es schon eine ganz gute Draft-Class. Die Starter sind alle auf einem ganz guten Level, jetzt nicht auf einem extrem guten Level. Ich habe die ganze Zeit zwischen 3- und 2- hin und her überlegt. Habe dann so im direkten Vergleich mit der Cardinals-Class gedacht, ist dann schon halt nochmal ein bisschen besser. Deswegen habe ich mich für 2- entschieden. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das seht. Hättet ihr vielleicht eher die 3- plus gegeben oder sogar was ganz anderes. Weiter geht es mit den 49ers und auch hier eine überschaubare Draft-Class. Wir haben Javon Kinlaw und Brandon Ayuk beide in der ersten Runde. Dann bis Runde 5 nichts mehr, bevor Colton McKibbitz kam. Dann eine Runde später Charlie Werner und dann in der 7. Jawan Jennings. Sehr, sehr interessant. Wenn man sich das Ganze anguckt, weil laut ESPN alle noch da sind und alle in der Rolle sind. Zwei Backups mit Javon Kinlaw und Charlie Werner. Da könnte man bei Javon Kinlaw sogar schon drüber streiten. Und dann drei Starter in Brandon Ayuk, Colton McKibbitz und Jawan Jennings. Jawan Jennings als Nummer 3 Receiver ist natürlich nicht das allergelbste vom Eif für ein Team. Aber wenn man überlegt, dass es sich um die 49ers handelt, die sowieso im Vergleich mit der restlichen NFL vermutlich relativ wenig 11 und 10 spielen werden. Also wo du mindestens drei Receiver auf dem Feld haben wirst. Ist das nicht so schlimm. Deswegen ist es vielleicht auch ein kleiner Stretch, ihn zum Starter zu machen. Dafür würde ich aber auch sagen, dass Javon Kinlaw definitiv Starter-Raps sehen wird über die Saison. Deswegen, vielleicht sind die jeweils ein halber Starter, halber Backup, kommt am Ende ja aufs gleiche raus. Auf jeden Fall alle Spieler aus der Draft-Klasse noch da, was schon mal das erste starke Ding ist. Ich glaube, das war die Draft-Klasse, in der sie für... Oh Mann ey, mein Namensgedächtnis ist so fatal. Trent Williams getradet haben. Jesus. Und deswegen sind da in der Mitte so viele Picks raus. Ausberichte ich mich aber, wenn ich das jetzt gerade verwechselt habe und ihr es besser wisst. Insgesamt muss man sagen, Brenton Ayuk ist einer der besseren, vielleicht sogar einer der besten jungen Receiver der NFL, falls man ihn noch zu den jungen Receivern zählen kann. Aber würde ich einfach mal sagen, ja, definitiv einer der besten Route-Runner. Langsam gestartet, hat sich jetzt aber verbessert. Und ich wäre gar nicht überrascht, wenn er dieses Jahr der bessere Receiver wäre von ihm und Debo Samuel. Colton McKivitz ist stabil, müssen wir nicht drüber reden. Jawan Jennings haben wir schon drüber geredet. Jawan Kinloff, wie gesagt, ist für mich beinahe ein Starter, spielt also auch auf einem höheren Level. Auch der schwer reingekommen, aber hat sich dann doll verbessert über die eine Off-Season, glaube ich, auch körperlich sehr, sehr, sehr entwickelt. Und dann gegen das Charlie Warner. Könnte noch mehr kommen, aber als Backup-Tight-End ist es halt auch immer so ein Ding, wie viel Special-Teams-Production kannst du geben. Und da liefert er bei den 49ers meines Wissens gut ab. Insgesamt ist es nur zwei plus für mich. Wenn man jetzt drüber nachdenken könnte, was man aus der Draft-Klasse macht, wieder im Verhältnis gesetzt, das heißt, sie hatten nur fünf Picks und alle fünf sind noch da, würde die Note vielleicht ein kleines bisschen hochgehen. Dann müsste man aber automatisch auch wieder reinrechnen, dass sie zwei First-Round-Picks hatten, die jetzt beide nicht so extrem funktioniert haben, sage ich mal. Ich bin ein großer Brandon Ayuk-Fan, aber natürlich, wenn wir ihn jetzt gerade auch mit anderen First-Round-Receavern vergleichen in den letzten Jahren, hat er noch nicht die Karriere hingelegt. Und viele davon haben halt auch die ersten Jahre schon durchaus besser performt. Und Javon Kinlaw, wie gesagt, müssen wir auch nicht mehr drüber reden, habe ich gerade schon gemacht. Also auch nicht jetzt unbedingt ein Top-Erste-Hälfte-Erste-Runde-Pick bisher. Trotzdem, wenn man sich nur die Spiele anguckt, und das ist ja das, was ich mache in dieser Reihe, in den Videos, ist es für mich ein sehr, sehr guter Outcome. Beziehungsweise sagen wir mal, ein sehr guter Outcome. Mich triggert das immer, wenn ich von sehr gut rede, aber dann keine Eins gebe. Weil es für Schulnoten ja immer diese Wortübersetzung gibt, von wegen sehr gut, gut und befriedigend, ausreichend, genügend und so ein Shit. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist eine sehr gute Draft-Class, trotzdem nicht gut genug, meiner Meinung nach, um in den Einser-Bereich reinzurutschen. Deswegen kriegen die von mir eine 2+. Letzte Draft-Class für heute, Seahawks. Erste Runde Jordan Brooks, kam, glaube ich, ein kleines bisschen überraschen, wenn ich mich richtig erinnere. Runde 2, dann Darrell Taylor, dritte Runde Damian Lewis, dann dahinter in Reihenfolge Parkinson, Dallas, Robinson, Swain und Sullivan. Bei den Seahawks auch noch tatsächlich sehr, sehr viele Spieler am Start, auch viele in wichtigen Rollen. Wir haben Kobe Parkinson, DJ Dallas und Orton Robinson, die alle als Backups noch im Team sind. Und dann gleichzeitig noch Jordan Brooks, Darrell Taylor und Damian Lewis, die alle starten. Bei DJ Dallas habe ich überlegt, ob ich ihn als Starter reinnehme, wegen seiner Special-Teams-Production. Aber da müssen wir halt gucken, wie es wirklich läuft. Und als Running Back ist er auf jeden Fall ein Back-Back-Back-Back-Back-Back-Back-Back-Back. Deswegen habe ich gedacht, das gleicht sich dann vielleicht aus und ist in Ordnung. Ist auch eine 2+. Ich glaube, es ist sogar ähnlich wie das, was ich bei den 49ers gesagt habe. Du hast definitiv stabile Spieler. Damian Lewis hat sich eben besser gemacht, als ich dachte. Jordan Brooks hatte Probleme und hat jetzt eine Knieverletzung gehabt. Man weiß anscheinend auch noch nicht, ob er komplett fit sein wird zum Start der Saison. Deswegen ein bisschen schwierige Sache. Aber Darrell Taylor gerade hat sich halt auch sehr entwickelt. Ich glaube, knapp 10 Sacks letztes Jahr, über die letzten 2 Saisons, über 15 gehabt. Deswegen auch das fing langsam an und sah am Anfang nicht so gut aus. Hat sich jetzt aber zum Besseren gewandt und ist ein stabiler Starter für die Seahawks. Auch einer der Gründe, aus dem sie in der ersten Runde ganz am Anfang auf Cornerback gehen konnten, statt auf Edge-Rusher zu gehen, was ja viele erwartet hatten von den Hawks. Die 3 Backups sind, wie gesagt, stabil. Über John Brooks habe ich geredet. Mit der Milius habe ich geredet. Der Rell Taylor habe ich geredet. Ich glaube, wenn man sich wirklich auch das wieder in einem Vakuum anguckt und sagt, man hat diese 6 Spieler aus der Draft-Class von vor 3 Jahren und sie performen zur Zeit so für das Team, kann man sagen, oh, das ist schon stark gemacht. Aber es ist jetzt nichts, dass man aus dem Stuhl fällt und sagt, oh mein Gott, wie konnten die all diese krassen Spieler in der Draft-Class kriegen. Das ist eine 1 für mich. Deswegen ist es eine 2+. Habe hier überlegt, ob ich vielleicht noch sage, es ist so diesen Ticken besser als die Draft-Class von den 49ers und dementsprechend 1- gebe. Habe dann aber gedacht, irgendwie in meinem Kopf nehmen die sich nicht allzu viel und dementsprechend beide eine 2+. Alright, gut, das war es mit dem Video und das war es mit der NFC West, mit dem Draft 2020. Wenn ihr irgendwas zu erwähnen habt, wie gesagt, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich lese das immer, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Like da, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!